Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum 3er Ranked mit Coily und Joshman! Moin! Hallihallo! Wir sehen, wie der Coily versucht den Ball in das gegnerische Gefilde zu hauen und von Joshman werde ich weggetackelt! Parade! Tor! Das war alles nicht so geil! Das war alles nicht so geil, ne? Es sah ein wenig scheiße aus! Ja! Der Bus! Da war noch dran! Aber es hat leider nicht gereicht! Mehr machst du da dann auch nicht! Das fängt schon damit an, dass die falschen Leute losgefahren sind! So, ihr fahrt los! Wenn der Coily alleine fährt, habe ich schon Angst, weißt du? Er ist drin! Er macht die komplette Zerstörung! Dieser Coily! Vorne ist er eine Waffe! Wie auch immer, ne? Ich war noch ganz weit weg! Freundlicher Hilfe! Das war stark! Richtig, den hätte ich nie besser machen können! Ich sage ihm auch mal guter Schuss! So, Coily steht hinten! Jo! Mach den nochmal! Ich meine, der Ball ist wieder seitlich außen! Eigentlich seine Position! Ja, kommt nach hinten! Oh, hinten raus jetzt! Uff! Ich bin auf der Linie! Ich muss auf meine Linie achten! Haha! Wollt ihr das kann der Tor? Eben! Jetzt spielt ihn rein und macht ihn rein! Oha! Ich war selbst! Ich bin auch draußen! Den hole ich! Nein, hole ich nicht! Dann war's scheiße! Oho! 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 Der kommt nochmal rein, Jungs! Oho! Oho! Der kommt! Oho! Da kommt wieder was! Ich habe was ins Spiel! Ich flieg nur noch! Wo ist der Ball? Vor dir! Nein Boah Boah Wow, Jungs Ja, du aber Das überlebe ich nicht, wenn das so weitergeht Wow Alter, was ne Parade Alter, what What the fuck Hat Colby die gesehen wenigstens? Ja, ich hab was gesehen, aber leider nicht das Schade, also bei mir hättest man die richtig gut sehen können Ich hab mich gerade in die Richtung umgedreht gehabt Wie so ein Flughörnchen hochgeflogen Was im Winkel drin? Alter, mir fliegt hier alles nur um die Ohren Denk mir so Hab ich Jo Ja, war leider noch dran Die sind aber gut, ne? Oh, Entschuldigung Die nerven Nerven ist gut Oh, schade Nein Ach Komm Oh Gott Da aus damit Oh, fuck Oh, fuck Der war gut Du Geist Jetzt Der ist er doch Da ist er Und Da ist er Ja Da ist kein rein Vollgas Nur Führung Treffer Ich war hinten Jo, das stimmt Alter Da hat sich der Bus mal durchgesetzt Oh, shit Hinten, Keuli Ja Das ist klar Schön, ich bin jetzt auf der Linie Kannst rausfahren Wenn ihr rauskommt Wenn ihr nicht rauskommt, dann, äh, dann nicht Oh, Leute, ihr seid euch gegenseitig da, ne? Ja, ja, ich hab's gemerkt Das haben wir bemerkt War nicht so Nein, vorbei Oh, da komm ich nicht mehr ran Nee Oh, shit, ich hab nicht haben müssen Ja, sahen wir Gut aus, meinst du? Aber wie er den allein schon wieder reingebracht hat Ja Ja, von welcher Position aus, ne? Ja, ja Okay So eine Frage mit Boost und rückwärts fahren Gut Dann ist hinten Oh Oh, flieg und sieh Langsam kommt er wieder auf, der kleine Falke Oh Gott Ich hatte Tempo Aber kein Sinnvolles Oh Gott Ich wurde weggetackled So, Keuli, rauf jetzt Oh, Keuli Oha Oh, scheiße Boah, das hat er auch noch Nein Alter, ey Was ein Boah Was ein Glück, dass er da nicht Was ein Rambog, der Angekommen ist Sauber Jetzt, Geis Jetzt, Keuli Der kommt, Geis Der kommt, der kommt, der kommt Ja Oh, fuck Keuli Ja, sorry Ich hab mich in dem Moment umgewählt Das war mein Problem Oh Gott Ja, aber der geht vorbei Boah, ich sag mal, von wo schießen die denn? Alter, was ist denn verkehrt, ey Die schießen aus allen Lagen Ja, vor allen Dingen Wir kommen rein jetzt Ach, schade Boah, Gott 30 Sekunden Was war das denn? Oh, oh Fuck Ja, oha Ja Kann ich nichts mehr machen Ich konnte leider auch nichts machen, weil ich war ohne Boost Da hat er nochmal angechippt Und da war ich nicht drauf vorbereitet Dann sieht das doof aus, weil man dann nur steht Aber das ist wie so ein Torwart, der auf die falsche Ecke vorbereitet ist Ja Bin hinten Oh 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 What does it? Jo, cool Da machst du gerade aber auch nix, ey Was ist das denn für? Spongo Der ist aber auch einfach gut Kann man einfach mal so sagen Bin hinten Aber drehen wir nicht mehr Ne, ne, das ist Unwahrscheinlich Wow Oha Da wärst du mal besser nicht mehr rangegangen Ja, das weiß ich ja nicht Naja, aus der Position ist doch klar, dass von hinten sicherlich ein besserer kommen kann Aber die können den genauso gut auf unser Tor schießen Ja gut, dann ist ja hoffentlich einer hinten Ist ja jetzt wurscht Den würde ich auf jeden Fall nicht nehmen So Ja, ich würde da wieder rangehen, wenn keiner was sagt Egal, wir haben ja noch ein zweites Match und da hoffen wir dann, dass wir wieder gewinnen Richtig Ja, wir werden das bisschen Neigung ist, ne, zweites Match, Neigung, da können wir neigen Richtung Sieg Dann ist das dein Ball Dann ist das mein Ball Und das geht daneben Dann mach ich auch nichts mehr Nein Aber da ist so leider Hab ich mich von der Höhe vollstellt Ich bin ein Eieieiei, die spielen den erstmal hoch Oh Gott, oh Gott Das hab ich nicht Oh, die sind aber schon wieder aus allen Runden Ja, und das ist schon wieder Oh Gott Die verarschen sich sogar noch gegenseitig Erst denkst du, der eine fährt ran Und dann geht auf einmal der andere ran Das ist bei diesen Raketenautos echt schwer manchmal einzuschätzen Der Ball ist auch extrem kacke Oh, komm Wow Also es sind nur zwei vorne Wieso ist noch hinten gewesen Jetzt kommt er noch vorne Ja, jetzt ist es Mitte Ach, schade, er hat ihn noch gekehrt Hast du Koli? Ja Kommt wieder zum Mittel Ja, das machen die aber ganz clever eigentlich Wow Haben sie in Kontakt Das ist gefährlich Ey, dann treffen die den von da Oh, der kommt schon wieder so kacke Der kommt auch scheiße Ja gut, noch nur 1,0 Oh, wer ist da noch zwischengejumpt? Ich So, jetzt aber Alter Alter, wie die den teilweise klären Das gibt's echt Ich komm auch an jeden Ball ran Mega in der Luft Alter, ey, dann hauen die mich da weg Leute, kommt doch jetzt Rein damit Oh, fuck Wie hat er den denn gemacht? Jetzt kommt er die Mitte Oh, ist ja schnell Du sollst ihn in die Mitte schießen Pass, Koli Das war ich Und ich habe ihn nicht in die Mitte geschossen Ich habe ihn echt Eigentlich gar nicht so Aber ich Äh, Dolbe gehört Der kam mega mit Schwung Der hatte sogar diese Schwungpfeile Oh, da ist niemand im Tor, Jungs Nö, das ist richtig Wally, wenn du ihn wegschießen willst Musst du ihn auch wegschießen Jaja, schon klar Alter, das ist die Logik des Jahres, Klaus Wenn du ihn wegschießen willst Musst du ihn auch treffen Und schießen Ach Oh, Mann Ich glaube Hier machen wir nicht so viel Nein Es wird ein übler Part, glaube ich Ich glaube auch Egal, jetzt alles oder nichts Volles, wo offensiv Er ist nochmal drin jetzt Schade Mach mal zur Mitte Ja, kommt Irgendwie Also grob war das zur Mitte Sogar ziemlich genau zum Mittelpunkt Oh, die haben auch immer noch einen Der da noch rankommt Oh, wie der den schon wieder spielt Leck mich am Arsch Der Hisu, der macht's alleine Ich wollte sagen, der Hisu macht's einfach alleine Wenigstens das Ehrentürchen irgendwie Och, da kommt der natürlich auch noch dran Der dumme Hisu Der dumme Hisu Du kannst ihn Part nennen Der dumme Wieso Niemand mag ihn Ich crash ihn jetzt tot Nein, nicht mal das Der weicht auch noch raus, der Spacko Komm Und das ist das doch, das Ehrentor Nee Nee Der wurde geknäht Und das ist wohl eher noch das Ja, jetzt konnte ich war da noch dran Ich sehe einen springenden Bob vor mir Nee, hinter mir Ja, war nicht der geilste Part, würde ich sagen Aber im nächsten Part räumen wir dann wieder auf, oder? Alles klar Erstmal Tschö 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 Tschö